hallo zur weiteren folge pure farming 2018 helfer arbeitet noch schön da drüben lassen wir den jetzt erstmal fertig fliegen nicht dass es dann immer wartezeiten für mich gibt weil ich ein bisschen schneller unterwegs bin als er schöner vogelschwamm da drüben ich glaube den wollten sie ja auch überarbeiten bzw die möglichkeit geben dass man das ausblenden kann viele leute meinten dass wir würde ein bisschen komisch aussehen aber gut muss jeder für sich entscheiden da drüben ist ein safir hinten auf dem berg links du arbeitest ich gehe den safir holen ich kenne schon dass ich auch einen gesehen habe 7 von 100 Ob es dann hier auch so eine Anzeige gibt, wo die letzten 90 sind, sobald man 10 erreicht hat. Wäre ja möglich, dass man sich das auch abgeschaut hat. Sonst nur um einen anzusehen? Ne, das ist was anderes. Jetzt sehe ich gleich niemanden. Habe ich doch richtig gesehen, dass da auch wieder einer liegt. Das Springen von dem Charakter wollen sie auch irgendwann mal einbauen. Haben sie schon? Ne, haben sie noch nicht, aber wollen sie mal mit der Zeit einbauen. Und dann mal 8 von 100. Alle 100 hat soll es hier angeblich 200 Euro geben. Irgendwie sowas habe ich davon gehört oder gelesen. Und du bist fertig angeblich. Wenn du 100% erreicht hast, bist du gut. Ah, 99%. Geht wohl ein kleines bisschen was. Kannst du ja gleich mal die Sähmaschine schnappen und hier rüberkommen. Ein bisschen Malzen drauf machen. Ein bisschen Malzen drauf machen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt wieder mein Rückfahrtkünstler. Das ist die Tee. Drehmaschine mitnehmen. Weizen reinkippen. Weizen habe ich ja schon. Weizen. Und das ist die erste. In der Zeit, wo du einsäßt, gehe ich mal nach Deutschland und schaue mal, ob ich die Karte retten bzw. ob ich das Feld kaufen muss oder ob das mir schon gehört, man weiß ja nie. Und ja, ich spiele nur dann, wenn ich auch wirklich aufnehme, denn wenn ich jetzt nach den Aufnahmen nur weiterspielen würde, da ich ja so viel Zeit habe am Tag, hätte ich dann das Spiel irgendwann fertig, in Anführungszeichen, jetzt würde es mir keinen Spaß mehr machen, das dann aufzunehmen. Von daher spiele ich zumindest Piofarmen nur dann, wenn ich das auch aufnehme. Ist für mich angenehmer, nicht, dass ich dann immer mal die Lust am Spiel verliere, dass es danach keine Folgen mehr gibt. Gibt ja das ein oder andere Spiel hier auf dem Kanal, wo ich da 3-400 Folgen gemacht habe, aber feiernd. So, du darfst arbeiten, mach das letzte bisschen noch mit dem Koper und dann mal schauen, wie es in Deutschland aussieht. da habe ich mit dem Tick abhören, dann geht es schneller. Mit dem kann man ja eh so schön fahren. Kriege ich auch mal eine 99 voll? Äh, mal eine 100. Da habe ich irgendwo einen Streifen vergessen. Irgendwo ein bisschen was. Da habe ich ein bisschen was vergessen. Jetzt habe ich mein Unger voll, mehr wollte ich doch gar nicht. Jetzt waren wir mit dem P-Tab zum Logistikzentrum. Das ist billig, als wenn man was von dem Tablet ausmachen würde. Dann machen wir mit dem Tablet aus. Ich kann mir hier stehen lassen, brauche ich ja momentan eh nicht. Aber diesmal ein bisschen vernünftiger vorhanden. Ich desse, muss ich wieder aufregen, dass ich da zweimal in den Baum klatsche. Das wäre gesät oder warum sie das so... Wobei, das ist ein Feld für Kartoffeln. Nein, geht weiter. Sieht so komisch aus. Mal ein bisschen hier rum. Erstmal hier links den Saphir holen, dieselben Lager. Und schonmal einen neuen. Ein Windrad müsste ja auch hier irgendwo stehen. Ich kann die Mauer fahren. Na, da vorne steht es. Schonmal 200 am Tag mehr, die ich verdienen darf. Schade ist, dass er sie nicht ausbauen kann, dass es dann 50 oder 100 mehr bringt am Tag. Manches lässt sich ja erweitern. Mal schauen, wie das jetzt funktioniert mit dem Transfer. Hier besteht auf jeden Fall schonmal jemand, mit dem man sprechen darf. Äh, wie heißt denn dieser Pickabletten Lombardini? Nach Italien? Nein, nach Deutschland wollten wir. Oh, ein Ladebescher. Ganz gefährlich. Und zwei Stunden sind vergangen. Müssten eigentlich zwei Stunden sein, die jetzt vergangen sind. Früher waren es sechs Stunden, die vergehen. Jetzt sind es denen auf zwei Stunden. So, ist der Frau schonmal draußen? Ja. Na komm, Ladebürgern, mach hin. So, willkommen in der Deutschlandkarte. Wir schuppen wir schonmal da. Und was sagt das Feld? Das Feld sagt... Na ja, Feld müsste ich kaufen. Und kostet nur 10.000. Mhm. Das Schafstall gehört aber schonmal mir. Was ist das? Das Eierlader. Da ist meine Drohne. Da habe ich ein paar Hasen. Da habe ich ein paar Hühner. Und dort sind entsprechend Misthaufen und... und... und Kühe. Mhm. Also der Schafstall gehört mir. Kühe und Schafe. Getreide dafür. Ups, was man hier einbauen kann. Da kommen die Wälder hin. Da kommt die Wälder hin. So, unten schön beim Pickup. Schön, dass da da steht. Aber Paprikaschroten. Beziehungsweise Schroten. Die Wäldersaus habe ich ja hier nicht, oder? Doch, da habe ich eins. Hm. Das ist nur der Schafstall gehört mir. Brauchen denn die Schafe? Butter. Dementsprechend brauchen sie Gras. Dementsprechend bräuchte ich dann einfach nur ein Mähwerk. Dann könnte ich mit den Schafen hier auch schon mal anfangen. Was kostet denn eigentlich so ein Mähwerk? Ein kleines. Ist auch wieder hier beim Kultivieren drin. Ah, sieht nicht so aus. Andere. Da haben wir schon mal den Ladewagen. beiden Wälder. Damen an Mähwerk. 4200. Und dieser Ladewagen ist für Gras. Holschwagen. Ist Gras. So bräuchte ich diesen Zetter hier. Das Mähwerk. Nein, nicht kaufen. Das Mähwerk. Erst da ist die Ballenpresse. Ballensammler. Sehr praktisch. Hm. Das Mähwerk. Ich brauche keinen Traktor hier. Ah gut. So hat man zumindest mal gesehen, dass die Schafweide uns gehört. Aber nicht das Feld. Und das Wälder kostet nur 10.000. Und die 10.000 sind eigentlich schnell verdient. Jetzt. 19 Uhr haben wir jetzt schon. Wenn ich jetzt nochmal zurück heiße. Lassen wir mal 20 Uhr haben wir jetzt. 22 Uhr. Da könnte man ja schon fast schlafen gehen. Das dann müssen dann. Sehr gut für. Naja. Berapseln. Steht hier auch drauf. Kannola. Gehen wir mal runter zum Statistikzentrum. Transparen wieder zurück. Weil brauche ich den Pickup. Um schnell irgendwo hinzukommen bräuchte ich den. Aber sonst. Hm. Transferen die Busse einfach ohne den Pickup. Und ich glaube die Tomaten müssten jetzt reif sein. Bis ich die dann auch schon mal wieder abholen kann. Sind ja jetzt 4 Stunden vergangen. Bloß die Zeit. Zwischen der ersten Aufnahme. Und jetzt. Aber 10.000 das Feld. Und dafür dann Raps anbauen. Hm. Eine Überlegung wäre es wert. Aber erstmal die 10.000 haben. So. Und da ich zu faul bin zum laufen. Ist ja eh ein weiter Weg. Dann kann ich da noch 3.400. Oh je. Mal kurz schauen. Letzt Stunden? Zwei Stunden. So fertig gearbeitet. So fertig gearbeitet. Dann grüße ich mich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob er jetzt fertig gearbeitet hat. Nee. Alter. Nee. Er hat zwar ein bisschen beeindruckt, aber er ist nicht fertig geworden. Aber ich geh jetzt erst mal schlafen. Ähm, Kuh annehmen. Oh, Minus. Der Arbeiter ist angeblich fertig. Ist aber nicht. Einkommen aus Kohlenenergie 200. Zu Zahlenrate 4583. Du bist nicht fertig. Aber gut. Folgende Aufgabe endet. Ah, hier. Minus. Hatte ich zumindest. Jedenfalls, das mit den Tomaten und den Paprikaschoten machen wir dann nicht. Das ist der Folge. Wo man es dann alles verkaufen ist. Dann wieder stellen den Arbeiterdruckmedaillen mit dabei. Das sehen kann. Deutschland kann aber auch mal besuchen. Ganz kurz. Schafstahl gehört uns. Wir brauchen nur Futter. Dafür brauchen wir dann ein Mähwerk. Ladewagen wäre optimal. Ein Zetter wäre auch optimal. Beziehungsweise ein Schwader. Aber das kommt dann also wieder Zeit. Ich muss erstmal die 10.000 verdienen für das Feld da drüben. Aber die Ernte steht ja auch bald an. Jedenfalls. Ich bin dann fürs Zuschauen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.